Die 9 Die 9 Die 9 DJ, guten Tag Ich sag mal, kannst du erlöschen alles? Ja, alles bestens Na doch Haben die Gates nun überwiesen? Du musst retten Dings Haben die Gates nun überwiesen? Du musst retten Dings Bei Nusret, die haben Geld überwiesen Ja Deine ID ist die 9 Die 1 in die 9 Oh, das sind mal 20.000 von mir Bundy, wie siehts aus? Wir beide gegeneinander Wir beide Also, es kommt Ja, habe ich mir geflüchtet Wieso, dann geht ihr jetzt Denkst du, hier vorne zu dem Nusret Äh, die Kusson in der Hand hat Die er nicht in der Hand haben soll 100.000 machen, Aimo Okay Aber lass die anderen erst noch ein bisschen gehen Natürlich, natürlich Bist du von Crips? Ja doch So Wir kämpfen Wir beide kämpfen Julius, okay Habt ihr euer Geld schon bewiesen? Julius Dann, der eine rechts Frag mal, ob es die Leute Bock haben auf Äh Ein Fünferkampf jeweils 100.000 Einsatz Sie können schreien, das hier gänge 105 Leute, 100.000 Entschuldigung, habt ihr Lust auf Fünferkampf? Nusret Ihr habt beide auch beteilt Ich bin ein Lärm für die rechte Seite Richtig Und ein Lärm für die Ich bin stolz auf Nusret, Leute Ich bin stolz auf Nusret Genau so muss es laufen, Leute Jetzt bin ich gerade stolz auf Nusret Weil er glaub ich endlich lernt Was zu machen Let's get ready to Rumble Du musst retten Ja, ah ah, Bandys wieder weg Komm her, komm her Ich bin stolz auf dich Mach weiter so Darf ich weitermachen? Ja, du machst weiter Ich bin stolz auf dich Aber wir nehmen dich weiter so Hey, komm mal hin Was hat denn gemacht? Oh mein Gott, eine schöne Kamp Von den Blumen Sehr, sehr stolz auf die Bandys Sehr, sehr stolz auf die Bandys Wir sind Macher Wer von euch Kandidaten Nie hat weitere Eier zu kämpfen, hm? Wer weiß, wie eure Eier zu kämpfen? Willkommen Ja Ihr habt nun 20.000 Einsatz pro Person gemacht Ja, Mann Was ist denn deine Kamp Dann geh an die Bandys 3, 6, 3 Okay Will Und du willst kämpfen, hm? Und ihr beiden Kartoffeln habt auch Geld bezahlt, hm? Okay, meine Hand ist oben Ihr Bein, ich will den einen Pferdkampf Links, rechts, komm und wie mein Geist, okay? Okay Okay Ja Ich zähle 3 runter Hast du was 400.000 gegeben oder wie? 4.000 Und kein drittes Meiner 3 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 Der Zwerfjährige gewinnt. Zerb, 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 nicht der Zwerf. Jawoll, jawoll, mach ihn weg! Oh mein Gott, weg! 60, komm, Junge! Oh, eine rechte von meinen Beinen! So Jungs, wer von uns passiert? Hier weiter? Warte, Jungs, wer kämpft von euch bei uns? 100.000! 100.000, meine Geheims sind 9. Und 9? Ja. So Jungs! Geil, gell? Bundys, alle die nicht kämpfen, geht nach oben oder zum Türeingang. Sonst stehen hier zu viele Bundys unten. So, dann könnt ihr einmal zu dem Mann da vorne gehen. Wem? Ja, alles gut drauf. Also, ich hab gewonnen, 100.000 Einsätze. Ich hab schon gefragt, ob sie auch kämpfen wollen, aber... 5, 2, 1. Ich wünsche euch gar nicht. 5, 2, 1. Ja. Amigo, darfst du sagen, wie alt du einschließt? 6. 6? Das war eine gute Sache. Wir wollen mein Bestand was singen für dich. Oh, wir genießen einfach. Macht das hier richtig. Macht das sehr gut, sind viele Leute da, Hermano. Sehr gut, mein Bestand. Hast du alle eingeladen? Soll ich noch jemanden anrufen? Wenn du Lust hast, ruf gerne noch ein paar Leute an. Geh warm, ich auch. Danke dir, mein Bestand. Komm, schnell, schnell, schnell. Sorry, Jungs. Wenn wir kommen. Ja, was ist mit dem was jetzt? Wann die es wichtig ist, dass wir den Überblick behalten. Johnny, ich hab mit Tyrone. Der ist da kann rein. Wann geht's los? Jungs will jemand mit mir wetten um 2.000 Dollar. Wo ist Johnny Sinz? Wo ist Johnny Sinz? Wenn du Captain bist, komm dich, okay? Weiß ich gar nicht. Ich glaub, da steht die drauf. Wo ist die Musik? Wo ist die Kampfmusik? Kampfmusik! 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 Oho! Mach die Kampfmusik dann! Knapp geworden! Ich hab die Wette. Also musst du es auch. Hey, fertig! Hier unten! Ja! Wo ist die Kampfmusik? Die Werden! Oh, yeah, yeah! Uuuuhhh! 150,000 werden umlegt! Okay! Okay, okay, ich bin bereit! 150,000! Amigo, ich hab gewonnen! 100,000! Amigo, habt ihr... Ihr habt noch gar keinen Kampf gemacht? Ich dachte, ihr habt schon einen Kampf gemacht. Und ich hab jetzt immer noch das Geld und bin die Gewinner nicht mehr. Okay, deine Bank? Na... Nee... Ach so... Warte, Gott... Ja, ja! Wir kämpfen hier, wir finden uns immer wieder... 2,7,5! Johnny, bei meinem richtigen... 2,2! ...Mega-Kampfrein lassen! 2,7,5? Genau! 2,7,5 und... Wie viel nix? Ey, wir haben beide 100.000 gegeben! Okay! Baaaaa! Genuss, Reink! Geben wir einen Moment! Sollen wir das verhecken? Meine Damen und Herren! Mann, schön, dass ihr alle so zahlreich da seid. DJ Bundy, wollt noch mal Hallo sagen. Wenn ihr was braucht, ihr trinkt Wasser, gibt's alles bei uns. Ein Cola, bitte. Es gibt auch natürlich Wodka-Shot, hm? Ja, kommt 50.000. 50.000. Warum nicht? 50 Millionen. 50.000. Du bist ja neuer, oder? Ja, Johnny, hörst du mich? Warte, warte. Hey, DJ, ja, ich hör' dich, du stehst hinter mir. Immer noch die 9. 9? Ich schick jetzt 50.000. 500.000, Kampf. 500.000, Kampf. 500.000, Kampf. Okay, ich will, ich will, ich will. Habt ihr beide? Oh, ja. Ich hab grad 1.000. Ich hab 50.000 geschickt. Dann hat mir vielleicht irgendjemand 1.000 gespendet, ich weiß es nicht. Warte, nochmal, danke für die Einladung, ne? Im Namen der Santhas. Mein Bester, selbstverständlich, nicht dafür. Immer, immer herzlich. Immer, immer herzlich. Kann ich wohl irgendwas geben, mein Bester. Alles gut, ja, ich hab schon was bekommen. Ich hab schon Wodka gewollt. Jawohl, jawohl. Wenn irgendein Wunsch ist, lad doch gerne noch ein paar Gäste ein, weil du irgendwelche Freunde hast. Natürlich. Dann geh ich wohl, wenn du das auch noch und du genießt das hier. Ist alles gut, oder? Ja, freut mich, danke. Vielen Dank. Wenn was ist, kannst du mich immer was machen. Natürlich. Schauen wir das Ganze mal. Okay. Ich hab mir im Verlauf was Schönes hier. Ja, ja. Kann jeder mal seine Wurz aufpassen. Genau. Ohne es ist, glaub ich, auch ganz gut anzuschauen. Natürlich. Nichts, weil ich Masken. Ja, Masken anzuschauen. Auch auf den Kampfgang. Eeehhhhh. Eeeh. Eeeh. Eeeeeh. Eeeh. Und dann noch mal die Treppe hier oben. Eeeh. 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 Hamid auch für 500.000. Hamid ist verrückt, man. Brula, Whisky, Wein, Bier. Kommt, 500.000, das könnt ihr doch locker. Ein Bier bring ich Ihnen sofort. Also gegen Hamid mache ich das nicht, Hamid ist verrückt, man. Ich habe gerade am ersten Kampf gegen das gewonnen. Wenn es, sag ich mal, ein normaler Kampf wäre, ohne Real, meine ich, dann würde ich das machen, aber... ...einmal sorgt nicht. Guck mal, da kommt doch einer. Nusrat, sind das 500.000? Nusrat, sind das 500.000? So, Bondi, wenn du willst, kann ich auch 500.000 machen. Mein besser gegen, ich mache meine Hände nicht dreckig. Ich sag dir so, ich will... Was sagst du, sollen wir 500.000 machen? Ja, wenn es für dich okay ist, also... Lass mich, gib mir mal eine Sekunde, gib mir mal eine Sekunde. Sag nur mit dem Preis, wie du willst, ja? Ja, warte, gewählte Sekunde. Jett, was soll ich machen? Soll ich 500.000 machen? Ja, was geht's? Soll ich 500.000 machen? Mal los, los geht's. Aber eigentlich kämpft der Zwölfer nicht. Ja, Mibu, ich hab's für den Hating ganz viel gemacht. Der Zwölfer kämpft nicht. Ah, stimmt, hab ich vergessen. Komm kurz, ja? So, Mibu, ihr habt um 50.000 Einsatz gemacht, gell? Dann brauche ich kurz deine Geheimzahl. 0.28 Okay, ich brauche einmal die Musik, damit ich in Laune komme. Jawoll! Und... Mein Bester, ich mach heute nicht mal eine Sekunde, meine Gitarre. Ich bin so unglaublich geil von dir, dass du kämmelst. Ja, okay, danke, danke, danke. Ich bin Jugo, wirst du kämpfen? Jawoll. Du bist? Ja. Ja, was willst du machen? 100.000? Oh, oh! Ja, wir machen. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Und so hinten krieg ich meinen Funk wieder. Was ist denn? Hab ich gelingt? Äh, Kusser? Jo. Ja, alles gut. Ja, alles gut. Willst du 100.000 machen? Ja, okay, machen wir. Aber du weißt, wenn ich meinen Funk habe. Mach das! Mach das! Wie, wie? Was mit dem Funk? Ich hab dir vorher Funk reingesteckt. Ach so, ja, kann ich hier gehen. Du Gott, mein Finger ist ein bisschen kaputt gerade. Zieh den. Naja, lass das. Zieh den. Das packst du, okay? Bin schön. Mach mich stolz. Wie geht's euch, Männer? Kollege, wir werden den nächsten 100.000er-Kampf machen. Dann hast du aufgeregt. 100.000er-Kampf! Allahu Akbar! Komm, mein bester! Ja, das ist stärker. Ja, das ist stärker. Okay, ihr beiden wollen kämpfen, hm? Haben die schon bezahlt? Jetzt frag mal nach. Aber wartet hier neben mir, Johnny. Jetzt kommt der Stash runter. Johnny, wo bist du? Johnny, check! Ich bin Lil X-Nex, dein neues Lied am besten der DJ! Lauf mal ein bisschen rum mit der Musik, dass jeder was mitbekommt da. Genau! Ja, lass das jetzt. Lauf mal ein bisschen rum! bastard! Lauf mal ein bisschen rum. Lauf mal ein bisschen rum! Lauf mal ein bisschen rum! Lauf mal ein bisschen rum! Digga, ist irgendeiner von meinen Mods weg? Du und Kämpfe! Johnny kämpfe, Johnny kämpfe, Männer, kann ich euch irgendein Getränk anbieten, habt ihr irgendeinen Wunsch, Männer, kann ich euch irgendein Getränk anbieten, habt alles gut, ist gut, er wird es beweisen, wegen der Kämpfe, wie viel kämpft ihr denn? wie meinst du? wie ist gerade richtig, was ist hier so, was ist hier? große Kämpfer legen auch großes Geld bei wem macht man die Kämpfe? ich will euch kämpfen einen Moment, wir haben ein Kreuz auf dem Rücken Johnny! Johnny! wo ist Johnny? wo ist Johnny? wo ist Johnny? Johnny! das ist die Frage Johnny kämpfe Johnny, bewegt deinen Arsch hier runter, Leute wollen kämpfen ich mach ihnen sowas, ich mach ihnen sowas ich mach ihnen sowas hier, die Männer wollen kämpfen ich bin da wie, äh, du und, wer noch? ich hab gerade in Kampf gewonnen ja gut, dann, äh, komm kurz nach vorne ein bisschen, damit ich genau weiß, wer kämpft DJ, Junge, sie gefällt euch So, um was für einen Einsatzspiel. Ich kämpfe da noch mit dem hier. 100.000. Alle Bandys, die nicht kämpfen nach oben oder an die Tür. Ich kämpfe gleich, ja. Aber wir wollen nur für 10.000 sein. Nur für 10.000 ist es eine Show bezeichnet. Aber Bandys werden gemacht, egal wer gewünntes Geld geht, auf eure Kasse. Das heißt, wenn ich gewinne, 10 Kalk. Auf Kasse. Sehr schön, Mann. Wer ist denn der Gegner gerade? Ich habe das nicht ganz mitgebracht. Aber so einen kleinen Spaßfight halt. Ja, ja. Ja, Mann. So flinke Hände, irgendwie. Ich bin aus, ich kann Spaß. Wer, wer, wer von euch stinkt? Wer von euch ist entgegen? Du bist entgegen. 100.000 Einsatz. Was? Nein, ich wollte ein hartes Leben. Also, es ist die 900. Frau, hast du das gerade gespürt, oder nicht? Ja, das ist nicht ganz schön. Gut, dann guck mal, da vorne nehmt den Schwarzen, der Mann, der macht das. Und dann stimmt. Ja? Stell dich an die Mann, dass die Leute immer wissen, wo sie zahlen wissen und nicht die hoch ist. Okay, dann geh mal Rücken und frag nach Dings wegen den Wetten, ob jemand große Werte macht. Video, die sich fragen prende aus dem Berg. Ja? Ja? AparKontakbeiten, ganz emo. Das ist der Oberhautub. Männer! 9, 2, 8! Na! Na! Ausweichen! Opa! Ihr kämpft auch alle wie kleine Weiber, was ist denn das? Sepp! Warum bremst du denn da nicht? Sepp! Dann kannst du keine nehmen wir eigentlich. Ja, Freilich! Was sagst du? 200.000, du kämpfst, ich hol dir einen Gegner. Äh, darf ich der Gegner sein? Hä? Na, ganz kurz, will einer um 200.000 kämpfen? Ne, gut! Du willst kämpfen, mein Bester? Das will ich jetzt nicht, komm! Ja, 200.000! 200.000! 200! Ah, 300! Ja, komm! Bandy, bleib da oben! Bandy, bleib da oben! Sepp, komm runter! Okay, okay, okay! Wir sind bei dem nächsten Fight! Hörst du deine Frisse! Ich bin der Bester und Blaster! Auf jeden Fall! Glückwünsche ich dir, Amigo! Sepp kämpft! Einer meiner Männer! In die Dose! Ich fäll dir eine weg! Mit Strammhauträmmt und Dose rumläuft! Ja, ja, ja! Geht hier vorne, dem Kollegen! Warte! Und dann, äh... So, Juni! Ja, was, wir zwei kämpfen jetzt auch? Warte, du, du hast gewonnen. Wie ist der Name? Ja, mein Handy kommt raus! Aber wir werden 7-0-2! Wir machen ein Clean-Sternpoint-A! Ja, ich muss kurz warten, bis mein Handy rauskommt. Das steckt ein bisschen in der Umgang. Das ist ein Unentschieden! Unentschieden, weil mir das bedeutet! Die bekommen beide gleiche Geld wieder zurück! Ja, ja! Oder die machen noch nur Nummer 2! Oder die machen nur... Äh, warum? Mein Handy ist draußen! Aber ich habe schon nichts drauf! Bericht mal die Leicht mit Ihnen! Ja, ja, wir haben hier... Nice! Äh, wie war's mit dem Bier? Jungs, habt ihr den Stuttfall gezuckt? 7-0-2! 7-0-2! Wer ist der Stutt? Äh, 100.000! Ja, perfekt! Ja! 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 Danke für den Sub im Ersten, mein Bester! Ja, kommt rein! Ja, wir können Sub-Chat mal ausmachen! Äh... Ja! Wir bezahlen nämlich gut! Äh... Du bezahlst bei den Nackten hier! Hast du schon? Nein! Hast du schon bezahlt? Nein! Ja, ja, ich... Ich gehe aber kurz aufzumachen! Johnny! Ja! Johnny, 200.000! Ich und der Mann hier! Eine! Danke! Ja, nein, sorry! Gib mir mal deine Glückzahl! Das ist, ähm... Warte, ich schaue, ob das wir in den... Nein! Immer noch die Neun! Ja, super! Wie viel nochmal? 200.000, okay? 200.000! Nein! Nein! I'm not awake, man! Okay... Kann ich überweiten? Yes! Okay... Perfekt! Julio! Und der liegt! Jetzt kommt nochmal von mir! Ah, nein, der schießt noch! Der schießt noch, der schießt noch! Oh! Perfekt! Super! So, Jungs, ihr geht zur Nuss-Chat und dann startet das! Ich glaube auf Erdnuss! Sepp, komm her! Komm mit! Ja! Sepp, mach die ganze Zeit! Es sind 400.000 da! Ja, ja, freilich! Ja, freilich! Ey, mach immer keine Motivation! Ich hab auch... Ja, ja! Ich hab auch keine Motivations-Sprecher hinter mir! Männer, wo ist die Musik? Die Musik! Frag die mal jetzt hier weg! Ich muss kämpfen! Was ist hier los? Ja! Ja! Ihr könnt, glaube ich, kämpfen! Ihr könnt, glaube ich, kämpfen! Was? Aber die sollen die weg, sonst treten wir ja immer die Leichen! Ja, ja! Ja, ja! Zwei Männer runterkommen für die Leichen! Zwei Männer von nach oben! Für die Leichen runterkommen! Ja, 20.000 bei der Anseite! Ja! Jungs! Jawohl, ihr seid die besten Buddies! Und die? Los, rett mal die Leichen weg! Ja! Einer, bitte mit! Los, rett! Ja! Ich sag mal die Leichen! Bisschen raus! Ja, ja! Die müssen aber... Irgendwie jemand muss sie wegholen! Ja, ja! Aber trag sie raus! Ja, ja! Trag noch die anderen! Wo sind die Leichen? Raus mit den Viechern! Männer, ich sehe tatsächlich heute noch einen großen Kampf! Hier muss doch einer eine Million haben oder so! Ich glaub das ist machbar! Ja, ja! Ne Million! Und ich denke... Ne Million! Und ich denke... Wir haben betreut! Ja, ja! Jawohl! Okay! Dann kommt bei der Herrischbruch eine Musik von der Regie da auf! Los! Hey! Musik! Leichen raus! DJ, sag ich hier mit? Bring die Leiche raus! Das ist... Ich kann gar nicht mehr hier normal mich umschauen! Alles gut! Kann denn? Macht's bereits! Alles gut! Hier sind wir ein krass Kampf, Beute! Das ist die Liga zurück! Ich bin ein Kalender! Die um... Also, die Liga! Okay, dann... Ich glaube, das sind zwei Leute... TJ, wir haben K Clock. Jetzt mal die Gegner, tack! Beislang, der erst mal raus! Kommt sie! Kommt sie! Ihr bald kämpft jemanden! Wir haben jetzt Tag... Ja, Sepp! Ja, Sepp! Sepp, komm! Sepp, du steckscheiße! Falsch geht! Hau ab mit dem! Ich möchte eine Runde 2 mit dem, gegen den ich unentschieden gekämpft habe. Ja, kriegen wir gleich hin. Sepp, komm! Sepp! Die Jungs, bleiben einfach zu zweit, jetzt hier draußen stehen und wenn der Takt ist, kommen wir gleich hin. Geh nach links! Geh nach links! Geh nach links! Weißt du, wo links ist? Tyron, mein bester. Unentschieden, hä? Was war das? Hallo! Bruder, ich hab hier so viele Fäuste gegeben und auf einmal bei mir war es kommen, ich war weg. Was ist denn nicht? Ich bin nicht. Leider, mein bester. Äh, Lil Shane, weil wir einen Simp-Hody hier halt rausführen, keinen normalen Hoodie. Ich hoffe, ich hab deine Frage beantwortet, mein bester. Ich bin Marked bei GmbH. Amigo? Amigo? Ja, ich hab einen Spekt benutzt. Toni, hast du schon gefragt? Ich würde gerne unentschieden sein. Komm, Chef. Ja, ich würde gerne noch mal campen. Komm, Tyrone, komm. Ich hab gewonnen, DJ, wir machen uns Schreckkämpfe. Okay, warte kurz. Also, nein, ich hab gekämpft. Ja, ja, warte ganz kurz. DJ, wir brauchen noch einen Kämpfer. Da drüben, der von der Mainz, der möchte 150.000 Einsatz. Zeig mal nach, ob du jemanden findest. 20.000 habt ihr? Blusred, ganz kurz. Blusred, ganz kurz. Meine Damen und Herren, uns fehlt ein Kämpfer. Oder hier ist ein Kämpfer, der um 150.000 kämpfen möchte. Gibt's da jemand, den die Karten jetzt runterspringen? Okay, gut, ja. 150.000, komm. Wer beweist ihr Eier? Wer beweist ihr Eier? 150.000 Männer, hier unten wartet der Kämpfer. Wer kämpft? Wer kämpft von dir? 150.000. 150.000 hier unten links. Aber gleich, da unten war ein Trainer, der für 150 Karat kämpft. Der hier links, der möchte kämpft. 150.000. Ja, ne. Ey, kannst du mal deine Maske ziehen rechts? Ich möchte mal gucken, ob ihr fast identisch aussieht. Jetzt sind wir ein bisschen liebs. 100.000, mach den Kampf! Bondi! Okay! Ich glaub, der hat der Schutz jetzt unkopp. Das kann's nicht sein. Ich hab dem mehr gegeben als mir. Das kann's nicht sein. Das kostet so ein Kampf. Ey, wie viel kannst du denn Sets machen besser? Je nachdem, wie viel Sets kannst. Warte, das ist ein 30.000. Ja, nur weil du's interessiert. Ja, je nachdem, wie viel du Sets magst, weißt du? Wenn du 100.000 Sets kannst, dann auch 100.000. Achso, ja, okay. Hallo! Ciao! Na, ich hab dem mehr gegeben als MIS-Konferenz 1. Nehmt ihr noch neue Leute auf. Vielleicht nachher mal vorbeikommen. Ja, kommt vorbei, dann können wir da drüber quatschen. Der Taxifahrer ist schon abgegangen, vorher gewöhnt werden konnte. Vielleicht haben wir gleich wieder. Bondi, hast du schon gekämpft? Na, ich mach mir die Finger nicht schmutzig, mein Besserer. Ja, ehrlich, ehrlich. Sind sie stolz auf mich? Ja, ehrlich, ehrlich. Hast du gewonnen? Natürlich, man. Links, rechts, zack, zack. Abpacker. Gar nicht so. War gut, der Kampf. War gut, der Kampf. Ich hab nur eine Faust bekommen, glaube ich. Also, der Kampf, der gerade läuft, ist um 200.000. Ich muss schon mal ab. Wir sind gerade ungefähr bei 450.000. Ja, ich weiß nicht. Der große Kampf hat uns auf der meisten eingefallen. Ja, der hat uns 200.000 verdreht. Okay. Okay. Gut, gut. Okay, okay, okay. Mein Besser, kämpfst du nochmal? Der, der möchte um 150.000. Mein Besser, hör mir mal zu. Hey. 150.000 ist ein Geschenk. Ich sag dir ganz ehrlich, knall da eine halbe Mio rein und ich finde den Kämpfer. Eine halbe Mio. Na, na, na. Komm, mein Besser. Na, na. Also, bleibst du bei den 150.000. Ja, wollen wir gut an. Männer, darf ich euch ganz kurz sterben? Wir sind gleich noch alles gewonnen. Wir sind gleich weg. Nee, bitte. Wir sind gleich weg. Komm, wir gucken zu. Wir gehen hoch. Ich wollte nur sagen, ich sehe, einer von euch kämpft doch hier sicher für eine halbe Mio. Ah, wir können bald. Hä? Ihr seid doch harte Kerle, wenn ihr euch ansehen, wenn ihr euch will ich nicht prüfen. Das ist wunderbar. Das ist auch gut. Ja, okay. Ja, okay. Ich bin nahe raus. Ich hab nur 20 Karten gehabt. Nussleit, geh mal kurz. Nussleit, ganz kurz. Nussleit, ganz kurz. 300.000 gewonnen! Männer! Ich finde, es ist die letzte Show, die letzte Show, um zu zeigen. Eine halbe Mio. 500.000. Kommt! Kommt runter! Kommt! 500.000! Was? Du machst auf ihn rein. Du hast doch über 5 Millionen. Hä? Du hast doch über 5 Millionen. Kommt! 500.000 der Ersten! No, no. Ich setze das Geld, aber ich kann's nicht. Okay. 500.000! Einer noch! Wie fährst du gerade? 500.000! 500.000! Wer kämpft um den Ruhm? Männer! 500.000! Wer kämpft um den Ruhm? Bei euch, Steve. Es geht um Brun und Ihre. Wollte ich Respekt verschaffen. Männer! Kämpft einer von euch um 500.000? 500.000? 500.000? Ich habe das Geld nicht. Weißt du was? Ja! Ja, okay. Jawoll! Okay, wir haben zwei Kämpfer. Steve! Mein Bester, wir haben zwei. Also habt ihr schon. Ja, wir haben... Also Leit, du kannst kommen. Also du und Johnny! Ich setze noch! Ja, ja! Okay! Johnny, hier! Weil die eben zahlen einmal bitte. Bei dem Mann im nackten Kreuz. Wie viel? Wie viele Einsätze? 500.000! 500.000! 500.000! Ja, 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 ja! Ausrennen! Ausrennen! Gib mir mal eine Sekunde und endlich dazwischen! So! Okay! Perfekt! Wer ist dein Gegner? Bob! Wer ist dein Gegner? Wo ist er? Wo ist er? Ich setze noch 500! Der ist fertig, Schwachmann! Ja, und jetzt ist er aus deinem Kämpfen! Der Kämpfer ist dein eigener Eindruck! Absolut! Ich setze auch noch! Für DJ der Dermi Gotts am Zeit! Ja! Chris noch am ganzen! Die Neuen! Ich bin Junge! Ja! Ja! Warte! Meine Hände zieht ihr! Meine Folge Biggeräte zieht ihr! Ey! Einer muss auch auf mich setzen! Der Kampf beginnt! In! Drei! Absolut! Go! Fertig! Yoshi! Go! Mit zwei Monate Support! Oh! Ja, ja! Steve! Links, rechts! Boom! Ja! Ja, ja! Gib ihm, Steve! Gib ihm! Oh! Oh! Hä? Nein! Oh! Ja! 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 Kannst du siegen? 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 Ich brauche hier einen geilen Beat! Jungs, damit ich rauslachen kann! Okay, ich mach an! Ja! 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 Hallo, mein Bestaa! Gute! Ja! Wollt jemand von euch kämpfen? Mein Lieber, ja. Also ich kämpf nicht, aber wir kämpfen jetzt hier um eine Million. Auf wen habt ihr Kämpfe? Wir kämpfen uns. Du, wer von euch beiden ist der Kämpfer? Ja. Handheben, Handheben. Okay, du gehst schon mal in den Ring? Die zwei. Ja, 500.000, die zwei. Du kannst in den Ring... Auf wen hast du gesetzt, mein Bester? Ich? Ja. Ich hab eigentlich auf den anderen gesetzt, aber... Ich weiß nicht, was da jetzt passiert. Willst du auf dem mit dem schwarzen Tanktop sitzen? Wo ist der? Hier. Hinter dir. Gegen wen kämpfst du? Gegen den, der da gerade im Ring steht. Oh nein, Mann. Ja, ja, machen wir. Geh rein, mein Schwarzer. Ich so jemanden für 50k. Wollern Sie? Ja. Wie viel? Ich so jemanden für 50k. Ich so jemanden für 50k. Wie viel? Ist es der eine Sache? Warum hat er mir schon gesagt? wie viel geht es um eine Sache? Ja. Ach, schau. Ja. Jawohl. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Johnny, gleich die letzte Auszahlung deines Tremes. Okay, warte, ich geh mal kurz zurück. Nein, 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 du bleibst jetzt mal hier stehen und zahlst das aus. Hey, 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 Johnny! Ja? Hast du gehört? Ja, warte ganz kurz. Du zahlst das jetzt an den Gewinner erst mal das Geld, bevor du hier irgendwo rennst. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Wie bitte? Ich hab den grad zurückgerufen. Wie bitte? Was hast du da gehört? Wir haben 500.000 auf dem Weg. DJ? Wartet mal ganz kurz, Männer. Ja? Ich hab dem grad das Geld von den Einnahmen gegeben, weil ich verschlafen muss. Und wir kriegen noch von den Geschäftsmännern 150k. Von wem hast du das Geld gegeben? Johnny, Johnny, Johnny hat alles. Okay, okay. Okay, Bandi, werden wir noch kämpfen? Äh, sag's, der letzte Kampf. Der letzte Kampf. Nein, Julius. Der letzte Kampf, danach ist Wende. Julius. Oder nein? Ich bin noch der letzte Kampf hier, komm! Ey, losred. Adios, Bandis, adios. Adios, adios. Wir, wir... Bandis, wir treffen uns... Wir treffen uns, äh, in der Hood. In der Hood. Gut. Was ist los? Oh, fuck. Mann, ich hab genau... Ich steig mit dir. Ja, hol den her. Ja. Sepp, komm her. Kann ich fahren bei dir? Ich zahl dir das Geld. Ja. 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 Vielen Dank.